Rüdiger Vollborn ist ein ehemaliger deutscher Fußballspieler. Karriere Neben dem Sieg der U18-Europameisterschaft in Düsseldorf wurde er 1981 in Australien mit der deutschen U20-Nationalmannschaft. Junioren-Weltmeister Vollborn stand von 1983 bis 1999-401 mal für Bayer 04 Leverkusen in der Fußball-Bundesliga im Tor. Mit den Leverkusenern gewann er den UEFA-Pokal 1988. Vollborn bot eine überragende Leistung und hatte großen Anteil am Titelgewinn. 1993 gewann Vollborn ebenfalls mit Bayer Leverkusen den DFB-Pokal 1993. Er ist bis heute der Rekordspieler von Bayer Leverkusen. Als der ehemalige Torwart von Bayer 04 René Adler im Jahre 2000 nach Leverkusen wechselte, nahm Vollborn den 1-5-JT-Jährigen für vier Jahre bei sich zu Hause auf. Nach Ende seiner aktiven Laufbahn arbeitete er zwölf Jahre lang als Torwarttrainer für Bayer 04 zu Beginn im Jugendbereich. Ab 2003 löste er Toni Schumacher als Torwarttrainer der ersten Mannschaft ab. Nach der Saison 2011-12 wurde er als Torwarttrainer von David Thiel abgelöst und ist seitdem als hauptamtlicher Fanbetreuer für Bayer 04 tätig. Sein Sohn Fabrice ist ebenfalls Torwart, er spielte U.A. in der Regionalliga-Mannschaft von Bayer 04. Seit Juli 2015 spielt er für den SV 07 Elversberg im Saarland. Im Jahr 2004, zum 100-jährigen Vereinsjubiläum, wurde Vollborn in das Jahrhundertteam Leverkusens gewählt. im Jahr 2020 im Jahr 2